Ja, wir haben heute die Firmung gefeiert. Junge Menschen, die da in ihrem Glauben gestärkt wurden durch den Heiligen Geist. Ein Thema sind immer so die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Darüber habe ich heute gepredigt. Das ist die Gabe der Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Und die Firmung soll den jungen Menschen eben eine Kraft und Motivation aus dem Glauben mitgeben. Mir hat sehr gefallen, dass wir Ausflüge gemacht haben, zum Beispiel ins Stift Göttwerk und ins Schottenstift. Mir hat gefallen die verschiedenen Interaktionen mit allen möglichen Arten und Mönchen, weil sie sehr willkommen sind und herzlichst miteinander sprechen. Die Feuerwehrmusik Gänzersfeld hat dann im Terminkalender schon einen fixen Platz frei für die Firmung. Das traditionelle Event lassen wir sich jedes Jahr nicht entgehen und wir freuen sich, dass wir da spielen dürfen. Die Firmung ist ein besonderer Event, weil da immer alle Leute von der Ortschaft zusammenkommen und weil da einfach ein Riesenfest ist. Das Wetter passt, jeder hat eine Freude und die Stimmung ist gut. Das Tolle am Fotografieren ist, dass man die Leute bei dem Event eben festhalten kann, wie sie sich freuen, wie sie Spaß haben und ein Teil davon sein kann. Firmung bedeutet mit jungen Menschen einen Weg gemeinsam zu gehen auf ein großes geistliches Ereignis, bei dem sie mit der Kraft des Heiligen Geistes gestärkt werden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!